so machen wir weiter weiter für die kranken simulation äh nee ich wollte ja eigentlich ich habe jetzt auf einem Start So, genau, wir schauen uns jetzt das zweite Krankenhaus an. So, genau, wir schauen uns jetzt einfach mal an. genau das machen wir ganz einfach Ortspraxis bauen wir um wie sie steht mein Augen scheiße so 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 Oh nein. Lass mal erstmal hier stehen. Ähm, jetzt sind wir... Arzt in den Eingang, das muss man nicht mehr bestimmen. Das war ja bestimmt nicht sicher, dass ich einrichte. Das ist ein Blödsinn. Ich nehme und nehme den Kuchen. Ich nehme den Kuchen. Das ist ein Blödsinn. Ich nehme den Kuchen. Anscheinend steht Hanf, dem Gesundheitsableger von Holistics, mal wieder Ärger ins Haus. Anscheinend handelt es sich bei ihrem neuesten Produkt namens Elixia, das nach Firmenversprechen alle Krankheiten heilen soll, lediglich um Pflaumensaft mit Pinienaroma. Zumindest schmeckt es gut. Der Armand, die Psychatrie. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Ich baue aber mal ein Arztpraxis benötigt. Ich baue mir irgendwie auf den Sack. Ich baue mir irgendwie auf den Sack. Alle Mitarbeiter werden angewiesen, aus rechtlichen Gründen stets ihr Bestes zu geben. Pflanze. So, in den Scheiß. So. 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 Das war's für heute. so einstellen krankenpfleger zur apotheke bitte im im in bitte da zum Das ist immer ein Päisen, aber... Das ist ziemlich eng die Scheiße. Verpassen Sie nicht die unglaublichen Angebote im Crumley Megamarkt. Kaufen Sie 115 Dosen Thunfisch und erhalten Sie eine Dose gratis. Und wenn Sie sich gleich noch für unser Bonusprogramm anmelden, erhalten Sie unseren exklusiven, nur einmal anwendbaren Crumley Dosenöffner. Versehen Sie noch diese Woche den Crumley Megamarkt in Duckworth upon Bilge. Direkt aus den Wolken! Das ist Dario Two Point! Ja, ne... ...weiden... ...lösen. ...domaßen... ...neke oder... Hier hin... immerhin und vor der Schatz durchschenk tschüss äh so aha Scheiße aus Promo noch äh Toiletten 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt kommen wir aus meinem Scheißhals Upgrade Meine Therapeutin sagt, ich müsse mich entspannen Mir ein Hobby suchen Wenn ihr Vorschläge habt, dann immer her damit Ich halte euch derweil über meine Bemühungen auf dem Laufenden Alles ist besser als mein letztes Hobby Ortsschilder sammeln Eigentlich schon schön Medikamentenmixer Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte So, jetzt kommen wir jetzt Gut In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt Tö Arbeit Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Böge, die Böge und die Böge! Wo ist ich jetzt? Aber das Zimmer, das Allgemeine. So viele Stationen. So. 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 So ist glaube ich ein Schuh draus. Ähm. Der 44. Anrufer heute gewinnt Karten zum Rockfestival im nächsten Monat. Ach, ich bewundere den Optimismus unserer Sendeleitung. Wir hatten noch nie mehr als sechs Anrufer an einem Tag. Und davon hatten sich zwei verwählt. Ähm. Krankenpfleger zur Station bitte. Ja. 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 so vollgepackt so wie kann ich jetzt eigentlich schon kranken Also, was machen? Einerlei, ähm... Ich suche was anderes... Die Fauna wird gebeten, die Flora nicht weiter zu stören. Ich darf das Scheiße nehmen. So... Was ist... So... Das ist... Richtige Gebäude. ... ... Ah ja. 25 da ist. Ich spare hier mal so. Oh. Topferei. Ich spare erstmal das scheiß Krankenhaus hier aus. Ah. Toll. Warum passiert das eigentlich immer, dass wenn man sich die Nägel vor dem Computer schneidet? Einer davon zwischen die Tasten der Tastatur pflegt. Ernährt sich die Tastatur von ihnen? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Äh. Hä? Äh. Ja. Dann machen wir auch noch. Ja. Ähm. Ich muss nochmal ableschen. Ähm. Topferei. Hier. 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 Ah, ich brauche jetzt mal 4x4. Ich brauche jetzt das Gebäude verschiedenst. Jetzt nochmal. Ja, scheiß drauf, ich glaube jetzt. Dies. Geh rein. Übersicht. Reise, gehen wir mal nach rechts runter. Wenn wir hier schnell ganz zu viel bauen können, wenn der Platz entgeht. Warten wir den Scheiß hier. Jetzt habe ich welche. Warten? Wir tun das nicht so. Wir müssen es machen. Wir machen mal mehr. Wir machen jetzt nur mehr Klaare. Wir machen jetzt bitte Osterbe. Ja, ihr macht nach meinem Schiff. A treated Warriors, die ich schiebte nach oben. möglichst viel auf einen engen raum quetschen zimmer scheiß behandlungsräume bei der two point bank verstehen wir dass sie sich mit ihrem geld wohlfühlen wollen es war sich einfach richtig an ein arzt wird in der arztkasse verlangt war der schon also einstellungen ärzte ein Arzt wird in der Topferei benötigt das Jahr ist fast vorüber so, Zimmer, wir haben noch ein paar Schwestern, wir haben noch ein paar Militieren, äh, der Leuchterkrankheit 3x3-Roma-Pastas, so, endulich Das war's. ein ich ich ja ich 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 Zümer. Reinigung erforderlich. Tote Patient auf dem Flur. Sie hören Nigel Bickleworth auf Radio Two Point. Willkommen zurück beim Radiosender Ihres Vertrauens. Ich bin hier bedauerlicherweise völlig überqualifizierter Moderator, Sir Nigel Bickleworth. Ich bin hier, um zu informieren, zu unterhalten und ja, einen winzigen Hauch von Eleganz in Ihr tristes Dasein zu bringen. Falls Sie sich gerne einen bestimmten Hit, wie die Jugend heute sagt, bei mir wünschen möchten, zögern Sie bitte nicht, dieses Bedürfnis direkt zu unterdrücken. Ich habe keinerlei Absicht, mich solchen Zumutungen hinzugeben. Ich habe keine Gang, das ist eine gewisse irgendwelche Idee. Ich glaube, aber schon bist du in die Welt. Ich bin hier Schitt. Ich bin mal ein Schiss. Ich habe keine Gegenwart. Ich habe keine Gegenwart. Ich bin hier, een Schiss, Sie die Schlange ausgeriten. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah ja Schlange stehen Die übernachtung in Staffordringen die Patienten untersagt, wir haben zu tun, gehen Sie nach Hause Warum haben wir dann eigentlich meine Diagnose? Es ist wohl das ja nichts. So. Zum Glück verfüge ich im gleichen Maße über beides. Oh, ist das ein Rheum? Oh, eine Laufel. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ich trage dich zu diesem Schiff wie die Allerwoll. Das ist ein Schiff. Hier ist ein Schiff. Hier ist ein Schiff. Das war's für heute. Das hätte ich strümen lassen können. Das hätte ich gewonnen. Ich bin ein bisschen schwerer. Ich habe es so viel zu tun. 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 Einstellen, wir brauchen... Ähm, was wir aber brauchen, sind wahrscheinlich noch mal Toiletten. Ein kleines Störp. 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 Die Gnostic Ich bin der Zeit, ich bin der Zeit, ich bin der Zeit, ich bin der Zeit. zu aber das alles haben jetzt das schon und das ist das immer immer zum nächsten zu play the water snack, schauen wir nochmal kurz Geld Ein Krankenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlangt. Ich brauche einen Krankenpfleger. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Radio Two-Point. Unsere rasende Reporterin Sally Fick-Blanket ist gerade mit ihrem Kamerateam von einer Reportage zurückgekehrt. Allerdings weiß ich nicht, worüber sie berichtet hat. Kein Mensch sagt mir hier auch nur irgendetwas. Oh, Assistent. So. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. So. 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 So.